Hi, mein Name ist Patrick. Ich bin aus Berlin, bin hier geboren, bin sehr politisch aktiv und bin sehr froh, in einem weltoffenen Deutschland zu leben und setze mich dafür ein, engagiere mich dafür, dass es auch so bleiben wird in diesem Land. Ich halte Vielfalt für sehr wichtig, auch für das Miteinander, auch untereinander, dass jeder hier sich frei entfalten kann, wie er gerne möchte, ob Jude, Muslime, ob Asiatisch, Amerikaner, wie auch immer, jeder darf sich in diesem Land und soll sich in diesem Land auch entfalten, wie er möchte. Und es ist besonders wichtig, dass Menschen hier offen begrüßt werden, sich entfalten dürfen, nicht ausgegrenzt werden, diskriminiert werden. Und dafür sollten alle Menschen in diesem Land gemeinsam einstehen für ein lebenswertes und liebenswertes weltoffenes Deutschland.